Aber der Lutz ist nicht da, oder? Also, wir rennen vorigen an und schmelden hier AWL X3, weil die 2 fällt. Da hat er zu viel Serietunen passiert aber auch. Der ist flach jetzt mit seinem Zwift hier, keine Frage. Ja, bei der Corona ist er definitiv nicht langsam. Die einzige Stelle, wo wir im sechsten Tag nehmen. Ja, das ist auch hart, lang übersetzt. Das gibt es die Gründe. Ich glaube, mit dem Getriebe könnte man 350 fahren. Ja, und mit dem 7er GTI DSG Getriebe sogar 406. Das ist ein bisschen größer, wenn der Knie ist. Ich glaube, es ist ein bisschen größer. Aber der Knie ist ein bisschen größer. Ich habe noch nicht mehr Zeit, wo wir kommen. Der Knie ist ein bisschen größer. Wir sind auf der Knie im Bein. Das ist ein bisschen größer. Ja, bringt nichts, wenn du nur rechts blinkst, muss auch nicht so was. Die kommen jetzt in einer zweitschnellen Runde schon an ihre Grenzen. Naja, merkst du schon, wie er immer untersteuert, oder? Ja, der hat mich gesehen, aber den Ralf nicht mehr. Echt? Der ist jetzt fast im Ralf reingefahren. Hier ist auch eine Ölspur. Ja, das war schon die ganze Zeit. Das stand, glaube ich, schon in der ersten Runde, die wir gefahren sind. Ja, das stand, glaube ich, am Mittwoch. Ja, das stand, glaube ich. Ja, da denken wir mal... Auch nochmal schön im Enklamen zu sehen, wo einer drin sitzt, der halt kann. Ja, und nicht einer, der noch Geld hat. Das habe ich selten. Oft siehst du die sonst nämlich nur auf dem Parkplatz rumposen, dann fahren die von einem Parkplatz in den anderen. Wir fahren mal eine langsame Runde. Aber der ist gut unterwegs. Oha, aber die Megans hinter uns, die benageln. Ja, da war nur einer. Ja, da hinten. Ich habe gerade noch einen gesehen, über den Spiegel. Ja. Ja. Ja, da. Das ist nicht im 29 BTG. Ja, das kann der wirklich, ich kenne Lehnen. Geil. Aber sowas als Ketzer, das war ja echt. Aha, der Hamaram. Der hat mich jetzt gesehen, ja. Warte. Ha, Notprogramm. Wie war das, diese besagte Kurve? Ne, diese war später. Jetzt wirst du wieder diesen Ölkontakt-Schalter finden. Oder Sensor.